Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin keine Adriana und du bist nicht in der Lage, mich hinzukriegen, Mama. Ich komme aus einer ganz anderen Galaxie. Und wie heißt du? Andrea. Adri denkt, sie ist die Tochter eines Außerirdischen aus dem Weltall. Beunruhigt dich das nicht? Die Fantasien von Kindern beunruhigen mich sicher nicht. Sorgen bereiten mir viel mehr die Fantasien von Erwachsenen. Die denken, sie seien noch Kinder. Wo warst du denn? Hinter dem Schiff? Du weißt, das ist gefährlich. Vor allem für dich und für deine Freundin. Das reicht! Hört auf! Ihr seid schuld, dass Mama die Doggen macht. Ich habe Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt. Sie hat Nein gesagt! Unsere Tochter will ein Junge sein. Du bist nicht mal imstande, dieses Mädchen richtig zu erziehen. Du und Papa, habt ihr euch noch lieb? Meine Trägen trennen ganz. Von wegen trennen. Schlag dir das bloß aus dem Kopf. Was wird denn austrieren? Aber ist jetzt das Innere oder das Äußere wichtiger? Adri. Gibst du mir einen Kuss, Adri? Gibst du mir einen Kuss,инки. Untertitelung des ZDF, 2020